Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Brinni-Log. Ich bin Brinni und das ist mein Log und war das nicht ein geiles Wochenende? Also für mich jedenfalls. Das Wetter war super gut und ich habe es auch sehr genossen und ich habe eigentlich gehofft, dass es anhält mit dem Wetter. Ich meine, es wurde voraus prophezeit und eigentlich wollte ich jetzt joggen gehen und dann den Brinni-Log aufnehmen, aber das Wetter ist voll ekelhaft. Und ich habe keinen Bock da raus zu gehen. Das nervt mich so ein bisschen. Vor allem, ich dachte es ja, geil, Zeitumstellung. Es ist jetzt hell, wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit und ich kann eben laufen gehen und endlich das wieder ein bisschen Bewegung bekommen, aber nö. Nichtsdestotrotz war ich am Wochenende voll aktiv. Am Samstag war ich mit ein Jappi in der City und habe so ein bisschen eingekauft, Nerd-Kram, Comics, Videospiele. Und dann bin ich aus der Innenstadt heraus mit dem Longboard nach Hause gefahren durch den Englischen Garten. Der Englische Garten ist so ein Park in München, ziemlich groß. Ich habe eine Stunde gebraucht, es war super geil, Musik im Ohr gehabt, Zwerter genossen, war richtig, richtig cool. Dann am Sonntag war ich dann laufen, was auch super war, war sehr warm. Und Sonntagabend war ich im Kino und zwar habe ich mir den neuen Captain America anguckt, Captain America Winter Soldier. Ich glaube, im Deutschen heißt der anders, ich habe ihn im Englischen Original gesehen. Ich glaube, im Deutschen heißt der The Return of the First Avenger, irgendwie so. Auf jeden Fall war er sehr, sehr, sehr gut. Er hat mir sehr gut gefallen. Noch besser als der erste Captain America. Der hier hatte wirklich super Action, hatte eine wirklich coole Storyline. Und ja, also seit Marvel ihre Filme in die eigene Hand nehmen, sind die echt top und ich kann den auch nur empfehlen. Also, auch wenn ihr jetzt keine Comic-Fans sind, ich war, ich meine, ich war ja selber kein Marvel-Leser eigentlich früher. Habe erst nach dem Film angefangen, so ein bisschen an mich reinzumogeln. Und ja, also ganz ehrlich, schaut ihn euch an. Ich finde ihn erst super unterhaltsam. Wenn ihr so ein bisschen einfach gute Action wollt, nicht nur, nicht vor allem nicht stumpfe Action, also gute Charaktere auch dabei und coole, coole Helden, dann ist das das Richtige für euch. Und ansonsten, ja, spielemäßig. Ich habe mit Vizzy vermehrt Diablo 3 immer noch gespielt. Also es gibt im Grunde zwei Arten, wie ich Diablo 3 momentan spiele. Entweder spiele ich es mit Niappi und Vizzy im Dreiergespann, dann spielen wir unsere Kreuzritter hoch auf 70. Oder ich spiele mit Vizzy und dann spiele ich entweder Hardcore mit ihm oder wir haben jetzt in dem Fall mal Akt 5 zusammen gespielt. Also ich habe das gesehen und ich habe auch mal den Abenteuermodus jetzt angefangen mit ihm in Diablo 3 Reaper of Souls. Wo ist der Abenteuermodus, das ist ziemlich cool. Wenn man erst mal mit der Kampagne durch ist, kann man im Grunde überall in jedem Akt Kopfgelder annehmen. Das heißt, man bekommt so eine kleine Mini-Mission, so eine Mini-Quest, so meistens töte da alle Monster und dann haut den Boss um. Und davon könnt ihr fünf Stück machen, dann bekommt ihr so ein bisschen eine Belohnung und ihr bekommt solche Kristalle mit denen oder solche Kugeln, mit denen ihr dann Nephallen-Portale öffnen könnt. Und in denen erwartet euch dann ein kompletter Random-Dungeon mit einem Art Boss-Run. Also man geht durch diesen Random-Dungeon, am Ende kommt ein fetter Boss und mit denen haut kriegt man so eine Wundertüte, wo alles mögliche drin sein kann. Finde ich cool, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch angefangen bis jetzt mit den Charakteren zu experimentieren. Möchte mir zum Beispiel mal so einen Zauberer machen, der nicht direkt auf Nahkampf speziesiert ist, aber halt auf Nähe und nicht auf diese ganzen Reichweiten-Fähigkeiten. Da bin ich mal gespannt, wo es funktionieren wird. Also ansonsten habe ich immer noch viel zu viel zu spielen. Thief liegt rum, es liegt immer noch Castlevania 2 rum. Was ich mir geholt habe, das ist das Problem. Jetzt kommen die ganzen Spiele raus und man kommt einfach nicht nach. Ich habe jetzt auf mehrfachem Geheiß mir das South Park Game geholt, das South Park Stick of Truth im amerikanischen Original, für die PS3 in dem Fall. Und ich persönlich bin nicht so der mega South Park Fan, also Fans, ich kenne mich mit South Park gar nicht so aus. Ich habe nie viel geschaut und bin daher etwas unterinformiert, was das angeht. Also dachte ich mir so, hm, weiß nicht. Ich habe aber dann von dem South Park Game erstmal nur Gutes gehört. Und ich habe vor allem ein bisschen bei den Game Grumps im Gameplay reingeschaut. Und ich fand das Spiel legitim lustig. Ich habe es mir dann geholt, angefangen zu spielen. Und holy shit, das Spiel ist super witzig. Also es ist wirklich ernsthaft lustig. Es ist klar, es ist teilweise ein bisschen morbid und grotesk. Aber es ist halt South Park. So wie ich das, so wie ich, das weiß sogar ich. Aber ich muss teilweise wirklich lachen. Das freut mich und das ist auch ein sehr gutes Spiel dahinter. Also das RPG, das dahinter steckt, ist wirklich cool. Und einfach die Idee, dass diese Kids immer da sind und so tun, dass würden sie Rollenspielen, ist super. Also dieser LARP-Aspekt, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und auch das kann ich nur empfehlen. Des Weiteren habe ich, was mal in meine, ich habe so ein, ihr wisst ja, ich sammle auch ganz gerne Spiele. Vor allem jetzt bei der neuen Generation, Xbox 360 und PS3. Versuche ich viel nachzuholen, was ich ausgelassen habe. Und eines der Spieler war X-Men Origins Wolverine. Und das passt jetzt wieder zu dem Marvel-Thema, das ich angesprochen habe. Ich bin ja so ein bisschen mehr in Marvel jetzt drin. Also ich bin jetzt kein Kraken-Marvel, aber ich interessiere mich schon ganz gut dafür mittlerweile. Und jetzt habe ich mir endlich mal das X-Men Origins Wolverine-Game geholt. Das ist ja bei weitem natürlich kein grandioses Game, aber es ist sehr cool. Und vor allem, man fühlt sich sehr mächtig. Also als Wolverine da Gegner anzuspringen und dann zu zerlegen, ist schon sehr, sehr, sehr episch. Hat ein paar echt grandiose Momente. Also ich bin jetzt, glaube ich, zwei Kapitel drin. Also das erste Kapitel ist so eine Art Einführung und dann geht das Spiel richtig los. Und danach bin ich. Ja, super. Und damit nicht genug, das heißt, damit nicht schon alle Hände voll zu tun, habe ich auch noch das Professor Layton-Game angefangen. Also das neue, das Professor Layton vs. Phoenix Wright. Ich dachte, ich hole es mir erstmal nicht, weil ich eigentlich erst die DS-Teile komplett abschließen wollte bei Professor Layton und dann den 3DS-Teil spielen wollte. Aber die Neugier war dann einfach zu groß. Und ich bin überhaupt noch nicht wahr. Ich habe erst zwei Rätsel gemacht und habe mich halt durch die Story durchgelesen. Ich habe es tatsächlich erst gestern Abend angefangen zu spielen. Ich kam davor nicht dazu und lag halt im Bett und habe mich ein bisschen eben durch die Story gelesen am Anfang und das Ganze. Und was mich noch ein bisschen stört, ich weiß nicht, ich habe den 3DS-Teil nicht gespielt und weiß nicht, ob es da auch schon so war. Aber was mir von dem Designpunkt nicht so gut gefällt, ist, dass die Charaktere eben nicht mehr diese 2D-Bilder haben, sondern gerendert sind, 3D-Modelle sind. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Die deutsche Synchro ist auch nicht ganz so knusper. Jedenfalls, also Layton's Stimme gefällt mir sehr gut, aber gerade so Charaktere wie der Dude am Anfang, der Will, weiß nicht, das passt irgendwie alles nicht so wirklich. Da bin ich noch nicht so überzeugt. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf das Spiel, freue mich auch, das weiter zu spielen. Ich denke mal, das wird das sein, was jetzt Primärspiel, ich versuche immer wieder, also auf dem DS jedenfalls, weil ich versuche immer wieder Bravely Default zu spielen und ich kann nicht die Zeit investieren gerade rein. Das nervt mich so, weil Bravely Default ist jedes Mal so das, wenn ich mir überlege, was ich jetzt spielen könnte, denke ich mir, oh ja, Bravely Default, dann denke ich mir so, ach komm, du hast nur eine Stunde Zeit. Und dann ist es auch so, dass ich einfach das Multiplayerspielen gerade mit Jappi und Wiese einfach viel mehr Spaß daran habe, also man muss es einfach aufbringen. Der Tag müsste viel mehr Zeit haben oder man müsste arbeitslos sein, das ist Wahnsinn. Oh Mensch, und jetzt möchte ich auch ein bisschen mehr Sport machen, weil das Wetter wieder besser ist und es ist so hart. Ich brauche mehr Zeit, spende Zeit, meine Lieben, spende Zeit. Ja, okay, in dem Sinn bin ich jetzt, glaube ich, auch dann weg, wenn wir von Zeit sprechen. Ich kann mir noch in dem Sinn sagen, was an Content kommt noch jetzt. Ich habe mal wieder gesagt, ich muss mal ein bisschen planen, damit ich euch was liefern kann, was auch sinnvoll ist. Ich möchte Ende dieser Woche mal wieder Tokyo Jungle aufnehmen, also da kommen wieder Folgen, ich habe es vollkommen verplant, es tut mir riesig leid, da kommen neue Folgen zu Tokyo Jungle. Die fangen dann nächste Woche an, diesen Freitag kommt wahrscheinlich ein Herz-Teile-Video und genau, ich habe immer noch die Pokémon-Karten, die mir geschickt wurde und ich auspacken muss. Das alles kommt noch, dann kommt beim Dalu-Kart aus meinem Netzwerk noch Content mit mir zusammen, da werde ich euch dann darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Und ja, das war es dann von mir soweit, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mein FAQ-Video an, wo ich toll eure Fragen beantworte. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in die Woche, meine fängt eigentlich ganz gut an, auch wenn das Wetter nochmal ein bisschen besser sein könnte, aber an sich kann ich mich über nichts beklagen. Ja, das war es von mir, holt euch ein High Five ab und wir sehen uns dann im Laufe der Woche oder am Ende der Woche, je nachdem wie ihr vorbeigucken wollt. Bis dahin, bye bye.